RTV Vorarlberg Magazin Herzlich Willkommen zum RTV Vorarlberg Magazin. Ja, in den letzten Tagen war so einiges los und damit ist hauptsächlich die Politik gemeint. Von der Ibiza-Affäre hat wohl fast jeder gehört. Und wir haben dazu Landesparteiobmann Christoph Bitschi von der FPÖ zu uns eingeladen und mit ihm über all die Geschehnisse diskutiert. Herr Bitschi, die letzten Tage waren politisch gesehen ja für uns Medienschaffende quasi ein Abenteuer. Sie als FPÖ-Politiker haben das wahrscheinlich etwas anders aufgefasst. Wie waren für Sie die letzten Tage? Ja, natürlich war es auch für uns ein Abenteuer. Das, was durch dieses Video auf Ibiza da auf uns hereingebrochen ist, war auch für uns eine sehr, sehr schwierige Situation. Für uns geht es jetzt vor allem darum, dass man nicht einfach zur Tagesordnung übergeht und sagt, das ist passiert, wir machen weiter, sondern dass diese Fehler, die durch diese zwei Herren in Ibiza entstanden sind, jetzt analysiert werden und auch korrigiert werden. So haben wir am Sonntag schon im Bundesparteipräsidium in Wien entschlossen, dass ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer unsere Finanzen anschaut. Und auch in Sachen Auslandskontakte habe ich sehr klar positioniert, dass da aufgeräumt gehört und wir in Zukunft dort diese Fehler nicht mehr machen. Das Stichwort aufräumen ist gefallen. Ist das das, was die FPÖ-Wähler in Vorarlberg so bevorzugen und auch befürworten? Ich habe immer gesagt, die Botschaften und vor allem die Inhalte, die dieses Video vermittelt haben, sind verwerflich und haben in unserer Politik nichts verloren. Und darum ist es jetzt wichtig, dass wir die Umstände aufklären und vor allem unseren Wählerinnen und Wählern auch wieder diesen Rückhalt geben können, dass es solche Sachen bei uns nicht gibt. Jetzt, wenn wir einen kleinen Rückblick wagen, vor dem Video ist auch schon das eine oder andere passiert. In Götz ist trat ein überraschenden Mehrere FPÖ-Gemeindevertreter aus der Partei aus. Bundesrat Christoph Lengle sprach als Begründung von einem Mangel der Transparenz. Wie sehen Sie das Ganze? Ich habe immer gesagt, ich bin keiner, der andere anpatzt. Ich bin einer, der das offene Wort pflegt. Es ist normal, dass es im Prozess der Listenerstellung immer wieder Personen gibt, die mit ihrem Listenplatz nicht zufrieden sind. Dass es in diesem Fall zum Austritt von Christoph Lengle geführt hat, ist schade. Aber wie gesagt, ich bin niemand, der da andere Personen anpatzt. Nach Götzis kam Lorüns, ein Rücktritt, dann der Rücktritt eines Rücktrittes. Was ist denn da genau geschehen? Beziehungsweise Sie haben gesagt, Sie hatten keine Angst, dass das einen Stein ins Rollen gebracht hätte können. Was steckt denn dahinter? Die Medienwelt hat immer wieder von einer Austrittswelle gesprochen. In Summe haben wir seit letzten Donnerstag mehr Parteieintritte als Parteiaustritte. In Lorüns war es der Fall, dass wir durch ein gutes Gespräch so manche Sachen aus dem Weg räumen können und jetzt geeint in die Zukunft gehen können. Später dann das große Video, wie vorher angesprochen, wahrscheinlich auch ein großer Schreck für Sie. Die politische Welt hat einen großen Aufschrei daraus gezogen. Wo haben Sie das Video denn zum ersten Mal gesehen? Beziehungsweise wie nimmt man so ein Video zum ersten Mal wahr? Wie mitbekommen habe ich es Freitagabend gegen 18 Uhr im Büro in Bregenz. Ich kann Ihnen sagen, als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, war ich zutiefst schockiert, zutiefst frustriert, zutiefst verärgert. Wir haben dann im Anschluss sehr schnell auch den Kontakt in Richtung Bundespartei aufgenommen und haben sehr klar positioniert, dass sowohl für Heinz-Christian Strache als auch für Johann Godenus es nur einen einzigen Weg gehen kann, nämlich, dass er von seinen Ämtern zurücktritt. Das haben beide dann auch sehr schnell gemacht. Dann ging es darum, wie es mit der Bundesregierung weitergeht. Da hat man eigentlich mit der ÖVP einen sehr konkreten Plan gehabt, dass wir die beiden Herren zurücktreten, dass dann diese Regierung fortbesteht. Es war geplant, Samstag 11 Uhr Statement Vizekanzler mit Rücktritt. Um 12 Uhr dann das Statement von Sebastian Kurz. Das hat so dann nicht stattgefunden. Es hat sich immer weiter nach hinten verschoben. Die ÖVP hat uns dann plötzlich ausgerichtet, dass sich die Sache geändert hat, dass das Innenministerium jetzt zur ÖVP wechseln soll und weg von uns Freiheitlichen gehen soll. Wir haben dann gesagt, wir brauchen eine gewisse Zeit, um über diese Themen nachzudenken. Und dann hat uns die ÖVP erklärt, dass das Ganze innerhalb von 60 Minuten stattfinden soll, worauf wir dann gesagt haben, dass wir uns auf diesen Koh-Handel nicht einlassen. Jetzt, Sie haben es angesprochen, natürlich hat man da sich auch selber als Partei natürlich etwas am Video schockiert, nicht nur als Freistehender. Jetzt haben Sie vor zwei Monaten gesagt, das Tolle zwischen der Beziehung der Landesfpö und dem ehemaligen Vizekanzler ist eben diese Offenheit, diese Offenheit bei Gesprächen. Hat man da schon bei diesen offenen Gesprächen irgendwas erahnt oder irgendwas gehört? Das ist das, was mich menschlich vor allem sehr tief enttäuscht hat. Wir haben eine sehr gute Beziehung. Ich habe von diesem Video Freitag 18 Uhr mitbekommen. Und wie gesagt, die Botschaften und die Symbolik in diesem Video haben mich zutiefst enttäuscht. Wir bleiben ganz kurz noch beim Video. Johann Gudenus hat befürchtet, dass hier noch mehr kommt, noch mehr Material. Von wem weiß man nicht genau? Was sind denn so Ihre Spekulationen? In diese Spekulationen möchte ich mich gar nicht einmischen. Wir haben jetzt die Verantwortung, dass wir innerparteilich die richtigen Entscheidungen treffen. Da sind wir auf einem guten Weg. Ich habe gesagt, es ist wichtig, dass in manchen Bereichen hier aufgeräumt wird. Und da müssen wir die nächsten Tage die Akzente setzen. Was hier jetzt alles spekuliert wird, das überlasse ich anderen. Kürzlich ganz kurz noch zur HC Strache, bevor wir zur aktuellen Regierung wieder wechseln. Er hat auf seiner Facebook-Seite gepostet, Zitat, Wir werden die Hintermänner des kriminell erstellten Videos und Dirty Campaigns ausfindig machen. Und ich werde meine Unschuld beweisen. Dafür kämpfe ich. Mittlerweile hat er seinen Post etwas korrigiert und bearbeitet. Von welcher Unschuld spricht er da? Beziehungsweise ist das jeder Meinung nach die falsche Wortwahl? Wie gesagt, ich habe bezüglich HC Strache eine sehr klare Position. Ich war der, der gefordert hat, dass er das Amt des Vizekanzlers zurücklegt. Und in Wahrheit geht es da auch in eine Richtung, wo wir sagen müssen, HC Strache hat in Zukunft auch keine Funktion mehr. Auch ein Comeback, was da in Wien irgendwo spekuliert worden ist, kommt für mich überhaupt nicht in Fall. Es gibt diese klare Trennlinie jetzt zu diesen beiden Herren. Und wir als FPÖ müssen uns jetzt auf die Zukunft konzentrieren. Norbert Hofer wurde jetzt als neuer FPÖ-Parteiobmann designiert. Sie haben gesagt, Sie stellen voll und ganz hinter ihm. Wieso denn? Beziehungsweise was macht denn Norbert Hofer so aus? Ja, wer Norbert Hofer kennt, weiß, der Norbert Hofer ist eine ganz besondere Persönlichkeit. Wir alle haben ihn speziell im Bundespräsidentschaftswahlkampf 2016 kennengelernt. Er war oft auch in Vorarlberg. Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben ihn sehr geschätzt. Er hat es dann auch geschafft, dass knapp 50 Prozent der Bevölkerung der Wählerschaft in Österreich ihn gewählt haben. Er hat eine tolle Art, er hat eine geradlinige Art, er hat aber auch eine sehr sachliche Art. Und er ist absolut der richtige Mann in dieser Position. Jetzt muss ich nochmal kritisch fragen, Sie haben auch von Strache so gedacht. Hat man da doch irgendwie jetzt Angst vor einem Déjà-vu? Absolut nicht. Wir Freiheitliche wissen, wie man mit Problemen umgeht. Wir sind Gegenwind gewohnt. Wichtig ist, dass jetzt korrigiert wird. Wichtig ist jetzt, dass in Wien in manchen Bereichen aufgeräumt wird. Vor allem geht es jetzt darum, dass wir uns endlich wieder an die Arbeit machen. Denn die Bundesregierung hat in den letzten eineinhalb Jahren Tolles bewirkt. Viele Reformen wurden umgesetzt. Die Steuerreform, die Reform der Mindestsicherung. Auch im Zuwanderungsbereich wurden wichtige Akzente gesetzt. Und das erwartet sich die Bevölkerung auch für uns. Und darum ist es wichtig, dass wir den Blick jetzt wieder in die Zukunft richten und endlich wieder für Vorarlberg arbeiten. Wir richten den Blick jetzt auf Kurz und seine Regierung. Heute gab es neue Minister und Ministerinnen. Wie schaut denn so Ihr Resümee aus? Die meisten Personen davon kenne ich nicht. Sebastian Kurz hat diese Personen jetzt eingerichtet. Mir geht es vor allem darum, wie die letzten Tage da abgelaufen sind. Und da frage ich mich dann schon, auch wie Sebastian Kurz da in die Zukunft gehen will. Und wer jetzt da in diese Ministerposten gehievt wurde, ist für mich nebensachlich. Uns geht es jetzt darum, dass wir uns sehr schnell für die Nationalratswahl positionieren, damit wir dann auch wieder weiterarbeiten können. Jetzt, Sebastian Kurz ist ein junger Politiker. Sie sind dann noch ein jüngerer Politiker, muss man sagen. Darf man sagen, natürlich. Was unterscheidet jetzt euch zwei voneinander? Ich kenne Sebastian Kurz nicht persönlich. Aber was man Sebastian Kurz zugutehalten muss, ist, dass er einer der Persönlichkeiten war, der in den letzten Jahren das politische System deutlich verjüngt hat. Er hat den Weg geebnet für jüngere Politiker. Und da müssen wir ihm auch ein Stück weit dankbar sein. Er hat in den ersten eineinhalb Jahren sehr gute Arbeit geleistet. Er hat es ermöglicht, dass diese Reformpartnerschaft unheimlich gut gearbeitet hat. Man hat in den letzten Tagen dann gehört, dass der Druck aus den Bundesländern, vor allem der Druck der Landeshauptleute, immer größer geworden ist. Und leider musste er diesem Druck dann letztendlich nachgeben. Wie denken Sie, geht jetzt Sebastian Kurz in diese Zukunft? Sie haben gesagt, die Auswahl der Minister und der Ministerin ist jetzt irgendwie gefallen. Was denken Sie für die nächsten zwei Jahre? Wie schaut es denn aus? Beziehungsweise Stichwort Misstrauensantrag. Ich bin nicht der Berater von Sebastian Kurz, mache auch keine Analysen von Sebastian Kurz. Ich bin Chef der FPÖ Vorarlberg und mir geht es 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche um Vorarlberg und nicht um irgendwelche Themen im Bund und schon gar nicht bei der BundesöVP. Mir geht es jetzt darum, wie positionieren wir uns in Richtung Landtagswahl. Da haben wir vor einem Jahr einen Weg eingeschlagen, den wir so weiterführen werden. Wir sind sehr konsequent diesen Weg gegangen. Ich habe an der Stelle auch immer wieder gesagt, mir ist wichtig, dass wir etwas bewegen können. Und um das geht es jetzt letztendlich, die Themen für Vorarlberg. Wie können wir Vorarlberg voranbringen und nicht, was passiert da irgendwo im Bund? Dann wechseln wir ins Land. Herr Landeshauptmann, Markus Wallner hat sich etwas erzündet, kann man doch sagen, mit gewissen Aussagen. Welche Worte, beziehungsweise welche Aussagen haben Sie denn so aufgenommen? Ja, Markus Wallner hat uns, uns Freiheitliche, meine Wähler, meine Funktionäre in Bezug auf die Ereignisse der letzten Tage als moralischen Abschaum bezeichnet und das ist eine Wortwahl, die es so in Wahrheit in Vorarlberg noch nie gegeben hat. Wer den Vorgänger von Markus Wallner kennt, den Herbert Sausgruber, der kann sich denken, dass so eine Wortwahl damals nicht akzeptabel gewesen ist. Und ich sage an der Stelle auch sehr deutlich, ich akzeptiere so eine Wortwahl auch in einem Landtagswahlkampf nicht. Es ist klar, dass wir beide ab und zu unterschiedliche Positionen haben. Die haben auch sehr deutlich ausgetauscht. Aber was Vorarlberg immer hervorgehoben hat, dass wir ein gewisses politisches Niveau haben und da ist mir wichtig, dass wir das die nächsten Monate auch durchziehen. Und darum habe ich mich auch sehr über diese Wortwahl entzürnt und habe auch eine Klarstellung von der ÖVP gefordert. Ich habe eine Distanzierung von der ÖVP gefordert, die es leider bis dato noch nicht gegeben hat. Jetzt Roland Frühstück und Landeshauptmann Markus Wallner haben sich beide von dieser Bitschi-Koalition, wie es genannt wird, distanziert. Tut das weh? Nein, in Wahrheit haben Sie das jetzt gesagt, was Sie sich die letzten Monate, die letzten Jahre schon gedacht haben. Ich habe immer gesagt, Markus Wallner ist ein Fan von Schwarz-Grün. Und wenn sich Schwarz-Grün im Herbst wieder ausgeht, dann wird er diese Regierungsform auch weiter treiben. Jetzt hat er sich, wenn man so will, das erste Mal auch getraut, das zu sagen. Er hat die letzten Monate seine Wähler ein bisschen an der Nase herumgeführt und hat immer wieder gesagt, er sei für alles offen. Jetzt war er in diesem Bereich zum ersten Mal auch klar und deutlich. Sie werden dann wahrscheinlich, insofern meine Vorhersage korrekt sein wird, wieder in die Opposition verdrängt natürlich, wie nimmt man so eine Stellung wahr als Opposition? Viele sehen die Opposition quasi als nicht so wichtig. Was kann man dem entgegen? Wenn man sich die Arbeiter der letzten Monate von uns anschaut, dann kann man erkennen, dass man auch in der Opposition sehr viel erreichen kann. Wir Freihäte sind jetzt, die in Vorarlberg in den letzten Monaten die Themen vorgegeben haben. Wir haben uns getraut, den Finger in die Wunde zu legen, die Probleme im Land anzusprechen, nicht die Schönrederei der anderen Parteien zu betreiben. Und da kann man auch aus der Opposition heraus sehr viel erreichen. Und ich sage eines, die Opposition ist alles andere als wertlos. Wir sind die Kontrolle in diesem Land. Wir sind die Partei, die den Finger in die Wunde legt. Und das werden wir auch nach der Aussage vom Landeshauptmann Wallner ab September weitermachen. Die nächsten Monate werden wohl wieder zum Wahlkampf dienen. Sie haben ein Programm, ein fixes Programm. Gibt es da irgendwas Neues, das sich jetzt verändern wird? Oder möchte man an dem festhalten? Es wird sich sehr vieles verändern in Vorarlberg hoffentlich, wenn wir die freiheitlichen Inhalte auch umsetzen können. Wir haben eine klare Linie die letzten Monate. Und diese Linie werden wir konsequent auch diesen Wahlkampf einfordern. Ich habe immer gesagt, wir müssen endlich wieder mutig sein in diesem Land. Es gibt unterschiedliche Bereiche, die sich in den letzten Jahren leider nicht entwickelt haben. Die letzten Jahre schwarz-grün sind, wenn man so will, verlorene Jahre. Jetzt wäre es wichtig, endlich wieder das Tempo zu erhöhen. Und ich bezweifle, dass das mit schwarz-grün möglich ist. Wenn wir uns den Wirtschaftsbereich anschauen in diesem Land, dann hat sich vier Jahre lang überhaupt nichts getan. Auch im gesellschaftspolitischen hat sich sehr wenig entwickelt. Ich habe im Familienbereich gesagt, das ist einer meiner Themen, der mir sehr am Herzen liegt. Auch da hat sich nichts entwickelt. Und da sind wir freiheitlich der Garant dafür, diese Themen auch wieder hervorzubringen. Ein großes Thema haben Sie auch immer angesprochen, das war das Wohnen. Wie schaut es mit diesem Thema aus? Wie zufrieden ist man mit dieser Entwicklung? Oder sagt man, auch da müsste man eigentlich noch einiges machen? Natürlich, mehr geht immer. Aber an der Stelle darf man da auch dem zuständigen Landesstadthalter Karl-Heinz Rüdis auch mal ein großes Lob aussprechen. Er hat in diesem Bereich sehr vieles richtig gemacht. Aber auch hier ist es notwendig, neue Wege zu gehen. Und da haben wir in den letzten Monaten, und wir werden es auch in diesem Landtagswahlkampf tun, ein Modell präsentiert, nämlich das Junge Wohnen, das unser Wohnbaulandesrat Manfred Heinbuchen in Oberösterreich bereits umgesetzt hat, wo es darum geht, Wohnungen für Junge, speziell für Junge zu entwickeln, bei denen das Niveau nicht so hoch ist wie in anderen, aber die Preise dementsprechend sind. Und das gilt es auch für Vorarlberg umzusetzen. Denn wir haben immer mehr, über 30-Jährige, die immer noch im Hotel Mama wohnen, nicht, weil es dort so schön ist, sondern weil sie sich die anderen Situationen einfach nicht leisten können. Und da ist es notwendig, solche Modelle auch für Vorarlberg zu entwickeln. Jetzt nur noch ganz kurz bezüglich Wählerinnen und Stimmen und Wählerstimmen. Zur Landtagswahl 2019 im September. Gibt es da Prozente, die man sich erwünscht, oder bleibt man da hier vorsichtig mit Aussagen? Nein, nach dem letzten Wochenende haben wir natürlich unsere Umfragen wegschmeißen können. Es hat sich sehr viel entwickelt. Wir wissen auch nicht, wie sich die nächsten Monate entwickeln. Ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich. Wir hatten gestern eine Mitgliederversammlung, wo über 100 freiheitliche Funktionäre gemeinsam zusammengestanden sind und gesagt haben, jetzt erst recht. Der Kampfgeist gestern war riesig. Ich kann Ihnen sagen, ich bin gegen Mitternacht sehr motiviert aus dieser Sitzung hervorgegangen und bin mir absolut sicher, dass wir einen sehr, sehr erfolgreichen Landtagswahlkampf schlagen werden. Ganz abschließend noch. Würden Sie sagen, dass man als FPÖ-Politiker, wie Sie vorher schon angesprochen haben, viel schneller ins Kreuzfeuer genommen wird, als bei irgendwelcher anderen Partei? Das mag schon so sein, aber ich bin keiner, der über diese Situation jammert. Ich war mir durchaus bewusst, als ich den Schritt gesetzt habe und freiheitlicher Parteiobmann geworden ist, dass man da vielleicht ein bisschen mehr im Rampenlicht steht, vielleicht ein bisschen mehr unter Beobachtung ist. Aber ich habe immer gesagt, Gegenwind kühlt den Motor. Wenn man die Segel jetzt richtig setzt, dann werden wir sehr erfolgreich sein, auch wenn man sehr genau beobachtet wird. Ich bedanke mich für die Beantwortung und natürlich auch für Ihre Zeit. Vielen Dank. Die letzten Tage etwas zu vergessen, versuchte man beim Business-Treff des Vorarlberger Wirtschaftsbundes. Denn dort ging es rein um Kommunikation und Austausch. Wirtschaftlicher Erfolg besteht in erster Linie darin, dass man jene Fähigkeiten besitzt, die momentan gefragt sind. Fähigkeiten, die natürlich kombiniert werden mit Intelligenz, um sich damit dem wirtschaftlichen Wandel auch anzupassen. Und genau darüber wird heute diskutiert. Heute und hier beim exklusiven Unternehmertreff des Vorarlberger Wirtschaftsbundes hier in Nützeders. Ein echtes Get-Together eben, welches man nicht versäumen sollte. Und das ist bereits ein gutes Stück Tradition. Eine Tradition ausgehend vom Vorarlberger Wirtschaftsbund, welcher mit dem sogenannten Unternehmertreff das Ziel verfolgt, die regionalen wirtschaftlichen Aktivitäten über die Gemeindegrenzen hinaus zu vernetzen. Die Unternehmen schätzen diese Form der Vernetzung. Sie kommen zusammen, sie erfahren Interessantes von Referenten, die wir aufbieten. Sie vernetzen sich untereinander, sie machen Geschäfte. Also die Bedeutung ist eine hohe. Der Konjunkturmotor brummt. Wir sind nach wie vor Exportweltmeister. Wir haben Beschäftigungshöchststand. Also die Unternehmen laufen. Wichtig wäre es jetzt, dass die Politik sich möglichst schnell wieder an den Tisch begibt, Lösungen sucht, weiterarbeitet und diese Streitigkeiten hintan stellt. Ein Unternehmertreff eben, der die regionale Vernetzung über eine ganze Region hinweg gewährleistet. Austragungsort ist die Firma Ervo in Nützeders. In über zwei Jahrzehnten hat sich dieses Unternehmen vom kleinen Zerspannungsbetrieb zu einem gefragten Partner für Industriekunden entwickelt, die in ihren Segmenten zu den Weltmarktführern zählen. Dazu erweitern die laufenden Investitionen in die Technik das Leistungsspektrum von Ervo kontinuierlich. Ja, es freut mich natürlich, weil wir heute das 30-jährige Jubiläum fieren, dass wir jetzt die ganzen Lübüse begrüßen dürfen. Und ich nehme das natürlich auch zum Anlass der Erweiterungsbau, wo wir eigentlich unsere Produktionsfläche eigentlich mehr als mehr verdoppelt haben, präsentieren dürfen und auch den Leistungsumfang, was wir anbieten können, einmal zur Schau stellen können. Und das ist ein schöner Anlass dazu. Ja, unsere Kernkompetenz ist das CNC-Dreh- und Fräse von diversen Materialien, rochfreien Materialien, Aluminium, auswertig verspannbaren Materialien. Und darüber hinaus bieten wir auch Baugruppenmontage, Reinigung an und unsere Baugruppen werden dann teilweise in der Halbleiterindustrie für die Erzeugung von Speicherchips für Computer und Smartphones verwendet. So vermittelt das Unternehmen Ervometall in Nützeders jahrelanges Know-how, zurückzuführen auf Pioniergeist und Innovation. Der Unternehmertreff des Vorarlberger Wirtschaftsbundes steht somit ganz im Zeichen der regionalen wirtschaftlichen Entwicklung des 21. Jahrhunderts. Mir geht es darum, Unternehmertum auf Vorarlberger Art bedeutet, dass man nicht nur auf sich selber schaut, das muss man natürlich auch und auf seinen Betrieb, sondern natürlich auch auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf die Nachbarschaft, auf die Gemeinderegion und Verantwortung fürs größere Ganze auch spürt. Und da haben wir ganz, ganz viele Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmertums da, die sich auch fürs größere Ganze interessieren, sich auch einbringen, sei es in der Kammer, sei es in den regionalen Ebenen, auf der Gemeindeebene. Und das ist so wichtig, dass dieses wirtschaftliche Denken auch in allen Ebenen, wo politische Entscheidungen getroffen werden, auch zu Hause ist. Kontakte knüpfen, sich kennenlernen und austauschen, so der Tenor des Unternehmertreffs in Nützeders. Harald Marer, der Präsident der österreichischen Wirtschaftskammer, führt dazu die Schwerpunkte seiner Aufgabe unter dem Thema Wirtschaft sind wir alle ins Treffen. Ich freue mich erstens, dass ich in Vorarlberg sein darf, unserem Wirtschaftsmotor, wenn man so will, in Österreich. Auch wenn es ein kleines Bundesland ist, ist es ein wahnsinnig innovatives Bundesland. Das Bundesland, das am meisten die Lehrlingsausbildung investiert und damit zeigt, wie verantwortungsvolles, zukunftsorientiertes Unternehmertum auch aussieht. Alle Betriebe, egal welcher Größe, ob sie viele Mitarbeiter haben oder wenige, Betriebe, die sind eine große Symbiose. Die gehören alle zusammen, die bedienen eine Region in Summe und darum muss man immer ein Augenmerk auf die Rahmenbedingungen für alle haben. Woran kann man das noch ganz besonders festmachen in Vorarlberg? Die Vorarlberger haben eine unglaublich große Kreativität, sind sehr, sehr innovativ, versuchen ständig neue Produkte und neue Dienstleistungen für ihre Kunden hervorzubringen, egal ob in Vorarlberg oder auf den Weltmärkten. Es gibt Vorarlberger Betriebe, die über 90% Exportquote haben, manche fast 100, das heißt, die verkaufen die Mehrheit unserer Produkte auf die Weltmärkte und dort eben nicht, weil sie so günstig sind oder weil es bei uns Lohndumping oder was auch immer gibt, sondern eben, weil die Qualität so top ist. Und das freut mich jedes Mal, wenn ich in Vorarlberg bin und immer schön da zu sein und zu sehen, wie das Land auch aufblüht. Wirtschaft sind wir alle. Als Motto eines Unternehmertreffs, der vor allem Möglichkeiten bietet, sich kennenzulernen, auszutauschen und um so eben auch Kontakte zu knüpfen. Also, es ist ja schön, weil es geht um Networking. Man muss ja nicht politisch begabt sein oder politisch irgendwo hinrichten, sondern es ist ein Networking und ich kenne jetzt viele und teilweise denke ich mir, ah, der war gestern noch da und der ist heute Mittag bei mir gewesen. Ja, hätte auch sagen können, konnte man gemeinsam mitfahren. Ja, so ein Treffen ist wichtig, weil es gibt immer kleine Details, wer jeder wichtig ist. und ja, ich glaube, wir sind ja bei einem Boom dabei und dann geht es um Aktivitäten und wir wollen ja auch mitgestalten in der Zukunft und auch für uns als Betrieb ist es sehr wichtig, dass es allen anderen gut geht, weil meistens ist es so, wenn es mir nicht gut geht, dann gehen es viele andere auch nicht gut und wir leben natürlich, dass es gut geht, die ganze Bevölkerung, die Betriebe sollen florieren, Mitarbeiter werden gesucht, Mitarbeiter haben wieder Hunger und dann sind sie wieder bei mir. Ich selber finde es sehr wichtig, dass man, ja, dass man so einen Einblick bekommt auch in Unternehmen und speziell, wenn heute auch der Präsident der österreichischen Wirtschaftskammer da ist, der Harald Mara. Ja, es findet immer ein angeregter Austausch statt und ein tolles Netzwerktreffen und was ich mir persönlich wünschen würde, wenn die Weiblichkeit noch mehr vertreten wäre. Frauen in Führungsetagen sind nach wie vor unterrepräsentiert und sind aber einfach heutzutage nicht mehr wegzudenken. Frauen sind sehr gut ausgebildet und können sich das auch zutrauen, eine Führungsposition zu übernehmen. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir Frauen auch als Role Model vor den Vorhang geholt werden. Das finde ich ganz wichtig, um auch anderen Frauen Mut zu machen und sie zu bestärken. Ich finde solche Treffs sehr wichtig. Man lernt immer wieder neue Firmen kennen. Ich zum Beispiel habe die Firma Erbo vorher nicht gekannt und es ist ein sehr spannendes Unternehmen. Also allein schon deshalb finde ich es sehr interessant, weil man sich immer wieder in anderen Unternehmen trifft und man dann auch Firmenführungen bekommt und sehr wichtig ist auch das Vernetzen mit anderen Unternehmen. Man trifft immer wieder Leute, man lernt neue Leute kennen, kann sich austauschen über neue Wirtschaftsgegebenheiten. Und ja, finde ich einfach sehr wichtig. Darum komme ich auch zu diesem Treffen. Jetzt zuerst einmal finde ich es vom Wirtschaftspunkt großartig, dass er es immer wieder schafft, so interessante Unternehmen auch zu besuchen mit hochkarätigen Gästen natürlich auch, wie heute der Präsident der Wirtschaftskammer und der Obmann des Wirtschaftsbundes. Es ist schon eine Art zur Schaustellung der Vorarlberger Wirtschaftskraft. Und auch heute sind wir wieder in einem wirklich tollen und beeindruckenden Unternehmen. Und wie Sie gesagt haben, in Zeiten wie diesen ist es noch wichtiger, dass die Wirtschaft auch mit den Arbeitnehmern zusammenhält und zusammensteht. Und ich glaube, heute ist ein guter Anlass, das zu beweisen. Ja, dynamisch und erfolgsorientiert. Das sind die Markenzeichen der Mitglieder des Vorarlberger Wirtschaftsbundes, jener Institution, die heute gemeinsam mit der Firma Erwo aus Nützidas zum exklusiven Unternehmertreff geladen hat. Die Ziele, die sind dabei klar definiert. Der wirtschaftliche Erfolg von morgen hängt davon ab, das unternehmerische Potenzial von heute zu entfesseln. Oder etwas anders formuliert, es sind nicht nur die Fähigkeiten, die zum Erfolg führen, sondern auch die Entscheidungen. Weg von all der Politik und der Wirtschaft geht es nun ab zur Lebensmittelindustrie. Genauer gesagt zum Alpenkäse Brigenzerwald und in die Filialen Lustenau und Bezau. Liebe, Liebe, Leidenschaft, Geduld, Sorgfalt. Mitten aus dem Pregenzer Wald kommt die Milch für die Alpenkäse-Sennerei. Gentechnikfrei, natürlich 100% traditionell und nachhaltig produziert. Von Familienbetriebenen, da geht es der Kuh noch so richtig gut. Hier gibt es keine Silofütterung, sondern Heu und Natur. Und das gibt die gute Heumilch. Den Pregenzer Wälder Bauern ist es wichtig, diese gute Qualität beibehalten zu können. Deshalb haben sie sich zur Genossenschaft Alpenkäse-Pregenzer Waldsennerei Egen zusammengeschlossen. Inzwischen hat sie 500 Mitglieder. Davon sind 222 aktive Milcherzeuger mit rund 2.500 Kühen. Täglich wird mit zwei Milchautos die frische Milch bei den Landwirten abgeholt und an die Sennerei geliefert. Hier werden mit Hilfe von modernster Technik täglich aus bis zu 45.000 Liter Milch, Butter und vor allem Käse gemacht. Im Reifekeller können bis zu 44.000 Laibeschnittkäse gelagert werden. Die Pflege der Käseleibe erfolgt fast vollautomatisch durch einen Pflegeroboter. Und der Senn, der schaut dann drauf, ob alles passt und gut ist. Musik 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 Und wenn es passt und gut ist, dann kommt der Käse direkt in die eigenen Sennereiläden. Einen davon gibt es in Lustenau. Hier gibt es dann den Käse ganz frisch vom Laib, Weich- und Frischkäse-Spezialitäten und noch viele andere Besonderheiten direkt aus dem Bregenzer Wald. Passend zum guten Käse gibt es hier auch noch regionale Produkte wie Weine, Liköre, Honig, Eier, Sirup, Marmeladen. Natürlich auch Milch und Joghurt zum auch gleich mit nach Hause nehmen, wenn man es braucht. Als Besonderheit werden hier auch Käseplatten gestaltet und Käsekörble als exklusive Geschenke für Käseliebhaber. Und das alles gegen Technik frei. Und wer von all dem Käse nun etwas Hunger bekommen hat, der sollte nun unbedingt dranbleiben. Denn Tom Heinzle präsentiert in der neuen Mai-Ausgabe von Feuer und Flamme wieder seine Grillkünste. Wir wünschen viel Spaß und machen Sie es gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo miteinander bei Feuer und Flamme. Dieses Mal wieder vom Transcomme in Schwarzach. Wissen Sie ja, noch von letzter Sendung sind wir miteinander Geekofen gewesen. Geekofen wollen wir jetzt aus noch das Mal. Jetzt fangen wir gleich mit dem Grill an. Wie immer gibt es bei mir ein schönes Rezept zu der Jahreszeit passen und etwas, was man daheim gut herbringt. Darum habe ich mich erst mal entschieden. Wir machen einen Pullet-Saibling. Ich kenne ja viel Pullet-Borg. Kriegt man das Rebfutter jeder weg. Viel mehr als man es eigentlich will. Aber ich habe mir da ein innovatives Rezept überlegt, wo man das Ganze mit Fisch anmacht. Pullet kann man eigentlich auch Alz. Ich habe jetzt so gerne mal höhere im Winter eine kleine Pancakes machen wollen auf dem Grill. Dann habe ich sie verhauten, habe sie verrupft und habe einfach gesagt, das sind Pullet-Pancakes. Die Leute haben da riesen Gaudi gehabt. Und ich habe mich gut davon gekriegt, dass ich eigentlich Alz falsch gemacht habe, was ich falsch machen konnte. So, den Saibling servieren wir auf einer Tortillie. Wir machen ein richtig schönes sommerliches Rezept, passend für den Sommerstart im Mai. Wenn wir eine warme Temperatur haben, dann ideal zu essen als Vorspeis, als Zwischengang, als Fingerfuß für Glüt, wenn man sich kann. Einfach universal einsetzbar. Dazu haben wir jetzt da ein schönes Stückchen Saibling. Seesaibling mit Haut ist ganz wichtig. Und der wichtigste Tipp oder einer von den wichtigsten Tipps von dieser Speise ist, wie behandeln wir den Fisch auf dem Grill? Weil wir wissen ja alle, draufbringen ist leicht. Das Problem haben wir immer mit dem Aachen bringen, weil er zerfällt. Das ist ein ganz einfacher Trick von mir. Ich nehme ein Stückchen Alufolie, palt hier einmal und lege den Fisch mitsamt der Haut, ihr seht, ihr die Haut da oben, auf die Folie drauf. Das geht weg. Warum auf der Alufolie, jetzt sagen wir sehr viel, wow, furchtbar, Grille, Alufolie, Lebensmittel, spielt keine Rolle, weil wir ihnen die Haut da oben. Und der Fisch an sich, was wir essen, kommt mit der Alufolie gerne in Berührung. Aber was ist der Vorteil an dieser Alufolie? Ich kann den Fisch so nieren, kann auf den Grill legen und kann ihn so wieder anholen. Und er bleibt mir immer am Stück. Wir würzen dann mal den Fisch mit einem guten Fischgewürz. Ich tue da gerne ein kleines Fendelsamen und ein kleines Knoblauch dazu, dass wir nachher beim Essen so etwas Knackiges dabei haben. Und da tun wir jetzt so großzügig würzen und dann das Ganze in ein kleines braunem Zucker ergänzen. Wie ihr seht, ist das praktisch schon eine Beize für den Fisch. Wenn jetzt der Fisch so gewürzt vakuumieren würde und zwei Tage kurz angelegen würde, wäre er durchgezogen, dann könnte ihn essen, noch kurz räuchern, dann könnte ihn essen wie ein gravierter Lachs. Aber einfach nur mit Saibling. Der Grill ca. 150 Grad indirekte Hitze. Das heißt, ich erheiz um den Fisch herum nicht direkt runter. Weil so sollte man ihn schnell durchgaren. Nehm ich den mit meinem Alufolie und lege den einfach schön auf den Grill drauf. Ich glaube, das ist ein Glauf. Und gare jetzt das Stück, das hat ungefähr so um die 400 Gramm, drei bis 400 Gramm, dauert bei 120 bis 150 Grad ca. 20 Minuten. Dann kann ich den schön mit zwei Löffeln pullen. und dazu haben wir ja Tortillas. Die Tortillas haben aber so ein wenig zu wenig Geschmack. Darum geben wir noch etwas Fruchtiges dazu und ein bisschen Avocado. Ganz einfach. Wir nennen die Avocado. Wir messen und schneiden die bis zum Kern rundherum. an. Drehen. Schauen sie auseinander. Der Kern raus. Der Kern weg. Nehmen wir einen Neslöffel und können die Avocado so schön aus der Schale halten. Schauen wir sie an. Das machen wir jetzt zweimal. als fruchtige Komponente habe ich Mango dazu. Mango schäle ich schäle. Das ist alle weg. Mango bleibt da. Stücke schön am Kern entlang. Schäle schäle. Schäle schäle. Schäle schäle. Schäle Also Müll. Ich haue jetzt nicht am Boden. Müllkoppel gerundet. Heinzl ist Gaspar im 20 Jahr mehr versaut. Ich hacke die Mango fein hacken. Feine Würfbille. Nach einer gewissen Zeit lege ich die Mango einfach mit der Schnittsitle runter auf der Grill dazu. Und ihr seht wie das schon anfangen zu schaffen. Dahinten ist es schon leicht wies. Es geht noch 10-15 Minuten schon durch. Da fängt der Schatz durchzuziehen. Die Mango brüllen wir jetzt einfach gleich an. So. Dann haben wir heute einen Gast. Patricia. Kuh Donut zu uns. Oh. So Patricia. Grüß dich. Hallo Tom. Grüß dich. Komm gleich nachher. Ich weiß nicht. Noch nicht. Patricia. Eure Transgourmet Markt. Ist der nur für Geschäftsleute, für Gewerbetreibende oder kann ich als Privater, interessiert natürlich die Zuschauer, wir haben zu denen viele tolle Lebensmittel gesehen, jetzt fragen die sich natürlich alle, kann ich das kaufen oder kann ich nur den Heinz lernen? Sowohl als auch. Du bist jederzeit herzlich willkommen und natürlich auch jede Gastronomiebedarfstelle, jeder Gastronom, Hotellerie, aber auch Businesskunden, aber auch gerne mal private Kunden, die sagen, ich möchte mal ein bisschen gustieren, mal ein bisschen schmöckern gehen, was bieten da, was haben da, kann gern mittels Tagesausweis mal zu uns kommen. Wichtig ist, dass sie einen Ausweis mitbringen oder einen Pass, kann mit dem Tagesausweis gern bei uns einkaufen und als der Tom da toll zaubert, daheim gern nachzaubern. Ich habe ja wahnsinnig viele Sachen da. Wir haben jetzt Fischtheke beeindruckt, aber wir haben ja alles. Wir haben ja alles, was herzbar geht. Wir haben Getränke, was wir haben? Wir haben tolles Geschirr. Wir haben alles, was ich brauche, Türchen, Fleisch, Konserven, Asiatisches, alles komplett. Also ich kann mit dem Wagen hinzufahren, mit dem E-Kopf-Zettel durch und hinter gezahlen und ich kriege eigentlich alles, was ich für mich fest oder für daheim brauche. Ganz genau, in Hülle und Fülle, alles ganz frisch, Top-Qualität, wie du siehst. Eine tolle Auswahl an Getränken, an Frischfisch, an Fleisch, Wurst, also wir haben eine tolle Auswahl und die Qualität ist wirklich top und immer ganz, ganz frisch. Ich kann nicht probieren, wir haben da etwas zum probieren, gell? Hast du gemerkt einmal? Natürlich. Unser Cookie hat eine Schauküche, die gerne jederzeit ein bisschen was kocht und zum Probieren was bereithaltet. Also es rentiert sich zum Vorbeischauen und mal ein bisschen zum Gustieren und sich ein bisschen verwöhnen lassen. Okay, super. Wunderbar. Vielen Dank, dass wir da sind dürfen. Patricia, ich mach jetzt fertig und dann mach mal probieren. Unbedingt. Unbedingt. Da bin ich dabei. Patricia, danke dir Will. Danke. Viel Spaß noch. Danke. So, das war jetzt Patricia. Okay. Schauen wir mal da rein, wie es da drin ausschaut. Jawohl. Da raucht alles. Der Fisch ist auf bestem Wege. Schauen wir einfach ein paar Minuten warten. Jetzt wird sich zum Bier holen, ein Glas Wein oder den Nappenzeller trinken. Übrigens, die Sendung wird am Nachmittag aufzeigen. Nicht, dass wir am Morgen schon einen Perzeller trinken. Nein, nein. Ja? Okay. So, der Lieb. Der Säibling ist fertig. Schauen. Schauen. Schauen super aus. Jetzt nehmen wir jetzt das die Avocado runter. Nehmen wir hier ein schönes Plätzchen. Dann. Die Tortillias machen wir leicht Knusprig. Die wirft man schnell auf die Brille raus. Ui. Jetzt fällt mein Meisterwerk kommen. So blöd, ne? So. Dann nehmen wir den Fisch ab. Jetzt geht er wieder drücken mit der Folie. Schauen. Lala. Und die Honne ist schön. So. Die Tortillias nur fehlt. Ihr seht ihr kurz angrillen. Und dann nehmen wir jetzt zwei Löffel. Jetzt mal an der Schaue. Jetzt können wir den Lachs. Sehen wir einmal auch. Der ist schön. Innerhalb denen schön glasig. Jetzt können wir den so zupfen. So zum Teil einfach. Und die Sehen. Die Haut bliebt auf der Folie. Da passiert nichts. Jeder, der Angst steht wegen der Alufolie. Angst umsonst. Alles gut. So. Jetzt haben wir jetzt der zupfte Lachs da. Schaut super aus. Sehr schmackhaft. Jetzt kann die Tortillias spielen. Einmal. Zweimal. Schöne Röstaromen. Das ist gut zu haben. Die da auch. Schönen Sie das? Und dann machen wir noch ganz feine Schieber von der Avocado. Legen da die Tortillias aus. Avocado. Jetzt kommt ein wunderbar zupfte Lachs auf. Dann hat doch mal ein paar Wandelwürfel dazu. Geblieb. Quierfarbige Sprossen. Und cef litt ein bisschen Salz. Tolles Fingerfout kann man so nieren. Und weg damit. So schaut's aus. Fertig. Musik So meine Lieben, das war's mit unserer Mai-Sendung Feuer und Flamme. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Rezepte finden wir wie immer in meinem Buch, grillen das ganze Jahr, überall erhältlich. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik 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 Musik